Unser Skelett ist nicht vollständig. Der Admiral hielt in seiner Hand einen Beutel, gefüllt mit historischen Goldmünzen. Heute Morgen wurde ein Frachter überfallen. Er sollte den Schatz, den Sie und Westphal gehoben haben, nach Schweden bringen. Lust, noch was zu trinken? Na, logisch. Alle haben übereinstimmend ausgesagt, dass sie seit mindestens einer Woche nichts mehr von Westphal gehört haben. Ich brauch noch ein paar Tage, dann gib's das Geld wieder. Alles in Cash. Mann, ich bin ein Freund! Mann, ich bin ein Freund!